Wunderschönen guten Tag, ich befinde mich gerade hier im Schlachthof zu Wiesbaden und hier haben wir, also da praktisch, ihr könnt es nicht sehen, so hinter mir, da ist die Bühne. Und da haben wir vor, mal drei, vier, fünf Monaten gezockt und da waren hier sehr, sehr, sehr viele Leute auf dem Sportplatz und jetzt ist das Ganze aber draußen, Open Air, Folklore, hieß es nicht früher Folklore im Garten? Das glaubt ja auch kein Mensch, dass du hier im Schlachthof bist und bist im Wohnzimmer bei dir zu Hause. Ich löse es gleich auf, die Leute werden sehen, dann guckt ihr mal ganz, ganz komisch, wie es bei mir zu Hause im Wohnzimmer aussieht plötzlich. Moment mal, hier, seht ihr es? Schlachthof. Und hier schon fein säuberlich unsere Backline. Damit es ja auch schnell geht. Oh, und hier, unsere schönen Lichtrahmen. Wahrscheinlich heute zum letzten Mal im Einsatz. Dann kommt die neue Saison, dann kommt neues Licht. Schade, waren ganz gut die Dinger. Und hier sind jetzt die Bühnen. Bühne eins. Und gleich dahinter Bühne zwei, auf der gerade Herrenmagazin spielt. Und das ist der Grund, warum ich mir ein bisschen Sorgen mache. Wir werden doch nicht jetzt beim letzten Mal noch den Arsch voll kriegen. Bis zum nächsten Mal noch. Übersetze ist es sehr, 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 sehr. Und hier in Arbeit. Und hier in Luft. Und hier in Luft zum Nächten lieben. Wir werden sich nicht das, was ich schreiten. Und hier in Luft. Und hier in Luft. Und hier in Luft. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR